Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem neuen Part Uncharted Among Thieves. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen durch die Straßen hier gekämpft, haben uns von Chloe den Arsch retten lassen, haben uns hier wieder mal durch die Straßen gekämpft und jetzt sind wir auf dem Weg... Oh Mann, viel zu schön, um sich drauf zu setzen. Was? Na bitte, ich würde nichts für dich tun. ...auf dem Weg zu einem Hotel, weil wir uns die Stadt von oben angucken wollen. Allerdings treffen wir hier immer wieder auf die Leute von... Entschuldigung, du musst schon wieder nehmen. Ach Gott. ...von diesem Lazariewicz. Und noch ein Nieser. Es wird nicht besser heute und müssen ein bisschen aufpassen, was hier so auf uns wartet. Aber hey, das ist ja für uns... Hallo, Bratis. Kein Problem, würde ich sagen. Das kriegen wir alles. Okay. Da müssten wir... Kann ich nicht herunterrollen? Nein. Muss ich das zerschießen? Das sehe ich. Okay. Und auch schön, wie ich einfach daneben treffe. Nice. Okay. Okay. Okay, hier wohl nicht so. Äh, Chloe. Okay. Ach, das machen wir so. Das machen wir mit Halten. Mit Hochdrücken. Ich verstehe schon. Gut, los. Okay. Augenblick. Wenn wir nur kein Sprecher einmachen. Gute Manieren, was? Laufen. Die kommen nie aus der Mode. Irgendwie sind die beiden ganz cool zusammen. Ich finde sie ganz nice. Ah. Aber die haben ja auch was am Laufen. Oh. Ein Dachgarten. Okay. Der war vielleicht mal... Der könnte vielleicht ein bisschen schöner sein. Aber an sich... Schön. Wunschkonzert. Oh. Sieht nicht so aus, als liefe es gut für den Widerstand. Nee, nicht so. Nicht so wirklich. Heißt halt aber auch für uns. Wir wissen ganz genau, was gleich auf uns zukommt. Oh, guck mal. Bunte Glühbirnen. Ja, gut. Ach, jährlich. Das gefällt mir gar nicht. Ach, nein? Nein, wir sollten uns vielleicht einen anderen Weg zum Hotel suchen. Und um diese Typen einen Bogen machen. Hey, weißt du überhaupt, wie man mit sowas umgeht? Na, sicher doch. Ich schleiche mich um sie herum und spreche ihre Party. Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja, da kommst du ins Spiel. Um den musst du dich kümmern. Aber mach es leise. Ach so, leise? Und du bist sicher, das klappt? Tja, das ist eben kein Wunschkonzept. Ach, jetzt weiß ich auch, wo das... Was ist denn das schon wieder? Wie soll ich mich denn um den Typen leise kümmern? Ist das deren Ernst? Oh. Oh. Du kannst mich nicht sehen, du kannst mich nicht sehen, du kannst mich nicht sehen. Jetzt ist die Frage, mache ich erst den hier unten? Wäre vielleicht am schlauesten. So. Dann muss ich warten, ob der da oben sich nochmal bewegt. Okay. 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 Gut. Gut. Nicht gut. Besser. Okay. Das war gut. Okay, jetzt gib mir die Waffe. Bitteschön. Okay. Okay, äh... Äh... Okay, ich möchte... Au, das war schlecht. Ich möchte bitte gerne meine Waffe zurück. So, jetzt können wir jetzt nochmal die Beine da hinten. Dick. Farm, Kumpel. Okay. Okay, einer ist da, glaube ich, noch drin. Ich habe dich gesehen. Oh nein, nein, das wollte ich nicht, wollte nachladen. Okay. Okay, wir nehmen die Pistole. Aber immerhin schießt sie mit. Das hast du ja nicht so oft, dass der Sidekick wirklich richtig mitschießt. Aber hier muss man ihr mal lassen. Sie arbeitet wirklich mit. Okay. 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 Ich sehe dich, Kumpel. Okay. Nein. Oh, ich drücke mal die falsche Taste. Warum? Ich verballere meine ganzen Handgranaten, weil ich immer nachladen will und die falsche Taste drücke. Guck mal, wie... Also, was ich übrigens, das ist mir noch nie aufgefallen, finde ich aber richtig nice. Dass die ganzen Magazine hier rumliegen. Guck, wie gut. Das ist mir noch nie aufgefallen. Finde ich richtig geil. Okay. Ähm. Gut, ich würde sagen, wir haben es. Ich gehe mal auf Munitionssuche. Also, ich hoffe, wir haben es. Nein, wir haben es noch nicht. Aber da vorne echt noch. Ich muss da ganz dringend. Äh. Tschüss, Kumpel. Okay. Haben wir es? Bin mir nicht sicher. Was? Wo? Och, nee. Nee, nee, nee. Ja, ja. Schnell. Alles an Waffen und Munition einsammeln. Was geht? Was geht? Ach, Fick. Warte mal. Ach, herrlich. Okay. Okay, ähm. Ja, zu viele anscheinend. Okay, Moment. Kann ich? Nein, ich will die. Ich will meine AK wieder. Äh. Ah, frisst die. Arschloch. Nein, wo kommt ihr denn her? Uhr? Okay, ich habe eine Idee. Geh weg, geht weg. Das ist jetzt, äh, mein Maschinengewehr. Mann, jetzt habe ich das Maschinengewehr und die trauen sich nicht hierher. Das ist frech. Okay, Moment. Ach, ja. Okay, kann ich bitte meine AK wieder haben? Oh, Mann. Ja. Ja, ich glaube, das war der Letzte. Oh, Mann, trifft es ziemlich gut. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. Ja, erst mal müssen wir hier unsere Munition wieder aufstocken, Mäuschen. Äh. Ah, die nehmen wir mit. Ja, geh du schon mal vor. Hier drüben. Hier, schau mal, da ist deine Feuerleiter. Ja, ja, ich komme gleich. Ich muss hier noch ein bisschen, äh. Nein. Ah. Schon wieder echt. Dreh durch. Warum mache ich es denn immer wieder? Warum? Wieso drücke ich denn immer intuitiv die falsche Taste? Warum bin ich so dumm? Kann mir das jemand verraten? Was ist mit mir nicht richtig? Wann lerne ich es denn endlich? Meine Güte, ey. Oh Gott. Also. Manchmal tut mir meine Dummheit halt selber gerne. Also wirklich selber weh, ne? Wieso kann ich die nicht? Ich habe doch so viele Granaten. Habe ich doch. Doch habe ich anscheinend. Okay. Ähm. Das ist doch echt. Also ich bin wirklich, wirklich selten dämlich manchmal. Einfach dumm. Wir ignorieren das bitte einfach, ja? Es ist nie passiert. Ihr habt es nie gesehen. Okay. Und ich kann auch nichts mehr an Munition aufnehmen. Gut. Chloe, ich komme. Ich bin unterwegs. Herzblatt. Die kann ich auch nicht mehr mitnehmen, ne? Haben wir eine Wahl? Äh, nein. Geschafft. Wir haben keine Wahl. Und warte. Hier. Komm her. Okay. Geschafft. Ja. Ich gebe aus dem Weg nicht nur Angst, dass die Feuerleiter an einen erschlagen. Aber gut. Jetzt los, komm. Hopp, hopp, hopp. Sehr schön. Oh. Nicht von hier aus. Oh. Ich bin gestolpert. Äh. 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 Was willst du jetzt von mir? So. Ich, ähm. Warte. Nee. Äh. Hä? Dachte, ich muss da rauf. Irgendwie. Ach, da. Schild. 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 Natürlich Schild. Was auch sonst. Hier ist es immer Schild. Hallo? Okay, bin drin. Also, so wie das hier aussieht, schreit das doch schon wieder nach Gegnern. Kommst du? Hi. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Au. Ich hätte bitte gerne eine Deckung. Danke. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ja. Ich glaube, das war es aber tatsächlich auch richtig gut. Ja, ich, also ich weiß, viele schwören immer auf diese Schrot, aber ich mag die nicht. Ich bin da absolut kein Freund von. Ich bin halt, also ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, ich bin halt so echt der Maschinengewehr-Typ. Das war aber gar nicht nett. Es hat einen Generator erwischt. Hilfe mal. Noch ein bisschen. Nein, los. Das bringt nichts. Ich brauche Strom, um dich herauszuholen. Hältst du noch durch? Klar. Ich werde mir so lange die Küche vertreten. Natürlich machen wir das. Wir sind Nathan Drake. Wir machen alles. Toll. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwöre es. Wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Ein Zombie. Okay, also, wir, ganz kurze Anspielung, richtig geil. Wenn da ein Zombie um die Ecke ist, perfekte Anspielung auf Last of Us. Liebe ich richtig, richtig gut. Oh ja, ich glaube, die will ich. Naughty Dog hat ja auch Last of Us gemacht und finde ich nice. In diesem alten Hotel, so, wenn da ein Zombie um die Ecke ist, Leute, dann breche ich ins Essen. Finde ich, also ich finde es mega cool. Okay. Oh Gott, ich möchte hier nicht runterfallen. Finde ich nice, dass sie es quasi... Oh nein. Au. Dass sie dieses kleine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Easter Egg mit reingebracht haben. Finde ich richtig. Also, auch wenn es kein richtiges Easter Egg ist, weil man nichts gefunden hat. Aber es ist so ein bisschen, äh, einfach nur, ist angesprochen. Es gibt ja auch in Last of Us 1, kann man auch, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ein, äh, den Ring von Nathan finden. Ähm, was ich wiederum richtig, richtig geil finde. Äh, so als kleines Easter Egg. Und diese kleine Anspielung, äh, macht mir halt gerade richtig Spaß, gerade für mich. Ich liebe Last of Us. Äh, oh Gott. Hilfe, das habe ich nicht gesehen. Last of Us 2 habe ich ja, äh, auch hier gespielt. Last of Us 1 habe ich damals alleine gespielt. Also, wer das Spiel nicht kennt oder es bei mir noch nicht gesehen hat, ihr dürft gerne gucken. Okay, warte mal. Kommt der? Er kommt, oder? Hat er das nicht gesehen? Die sind so dumm. Riege ich den jetzt auch noch? Jawohl. Riege ich den letzten auch noch? Es wäre so nice. Geduld zahlt sich aus, Leute. Geduld zahlt sich immer aus. Es lohnt sich halt wirklich manchmal einfach zu warten. Ähm. Genau, also ich, äh, verlinke euch das sonst gerne auch beim i, wenn ich da dran denke. Ganz oft vergesse ich das ja leider. Äh, dann sage ich das immer und vergesse es dann wirklich zu machen. Es tut mir, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. Ähm. Aber wir bekommen das hin. Ich schreibe mir das mal auf, dann vergesse ich das auch nicht. So, also wie gesagt, wer das, äh, Let's Play bei mir nicht gesehen hat, ihr dürft da gerne einmal in die Playlist schauen. Ansonsten, äh, komm ich da oben weiter? Wow! Wow! Wo? Ach du heilige Scheiße! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ah, okay. Ja, ist klar. Pumpe. Ich kann das so wie ihr. Kann genauso kacke sein. Gebt mir meine Munition. Wo seid ihr denn jetzt, hä? Habt ihr jetzt kalte Füße bekommen? Weil ich mich einmal gewehrt habe. Au, ja, ich seh dich auch. Na komm, raus. Trau dich. Oh Gott, mein Mann, komm ich muss gleich mal was essen. Okay, kurze Feuerstöße, dann verzieht die Waffe nicht so. Grundsätzlich, so kann man sich immer merken. Hier, wartet mal. Wie komm ich da jetzt nochmal? Ne. Doch, ich komm hier nochmal hoch. Äh. Ob da noch irgendwas interessantes für mich rumliegen an Munition. Perfekt. Ach, ich komm hier oben eh nicht. Doch, würde ich theoretisch. Okay, ne, aber dann bleiben wir hier. Okay, äh, klar, kein Problem. Oh Gott, ich hab grad gedacht, da oben springt jemand durch die Gegend. Aber es war nicht, sah nur so aus. Okay. Gib mir die Munition. Herzlichen Dank. Äh, ich muss da oben. Jaja. Jaja, 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 okay. Ähm. Kann ich aber, glaub ich, auch von hier. Ja, so. Dann da lang. Ne, geht, kletter doch da zurück, Nathan. Danke. Ne, da und jetzt hoch. Oh Gott, ey. Ist es euer Ernst? Hab ich doch richtig gesehen. Ja? Du hast mich doch nicht etwa vergessen? Nein, auf gar keinen Fall. Aber hier waren vielleicht, vielleicht so ein paar Leute, die mich nicht ganz so lieb hatten. Ähm. Deswegen hat es vielleicht ein bisschen gedauert, Chloe. Ein ganz kleines bisschen. Nur so ein ganz kleines bisschen. Hi. Genau. Ähm. Ihr Lieben. Hier geht es jetzt weiter. Wir haben Chloe aus dem Fahrstuhl befreit. Ich würde sagen, wir machen hier Ende für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr Montag wieder reinschaut. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.